Das meiste jedenfalls. Als wenn du einen guten Buchhalter hättest. Hast du Kleingeld? Eine Stunde schiebe ich den blöden Schein schon im Zigarettenautomaten rein und raus. Eine Stunde? Ich wette, du kannst noch viel länger. Interessant. Wieso redest du immer wie ein Hure? Weil die Männer drauf stehen. Ja? Hast du, glaube ich, recht. Ja, ich amusier mich best.